So, willkommen zurück. Ich und Alex wollten uns eigentlich gerade treffen und er ist eigentlich nur durch den Wald marschiert und ich dachte, das passiert nicht, da habe ich hier auch noch mehr später angemacht, aber er wurde gerade mitten in der Pampa erschossen. Auf die Karte geschaut. Irgendwo hier in der Umgebung. Aber das war auch irgendwie ein bisschen verpackt, ich lag am Boden, war nicht bewusst und konnte mich zielen und nicht schießen. Ich habe gehämmerd, was ging, weil der hat mich nicht sofort getötet. Ich lag dann am Boden, aber es nicht. Ja, du musst manchmal nach dem Spawn die Waffe wechseln, damit du zielen kannst. Ich habe auch geschossen, da kamen keine Schüsse raus. Ich kann ja einfach aus der Hüfte schießen, aber das ging auch nicht. Oh man. Alles wieder weg. Ja. Wir müssen nach Barenzin, ich muss mich ausstatten. Wieder ein Neubeginn. Ja, ich schaue mal, dass er fehlt an und dann treffen uns am besten. Elektro. Ja, oder du rennst einmal durch Elektro, aber du kannst natürlich auch ein Neues bauen und betreffen uns nördlich. Wird halt relativ lange dauern. Ich schaue mal durch Elektro durch, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ein bisschen Angst wieder hier auf dem Meer, vielleicht nachdem du mal getötet wurdest. Das war ungefähr so ein bisschen südlich vom Black Lake, war der. Ja, das ist der, das ist die Ecke. Na AK-47 gehabt hat, oder 57, die ich auch habe. Und mich öfter schießen müssen. Na, dann müsste ich auf Entfernung eigentlich mit der AKM einen deutlichen Vorteil haben. Ich habe mich auch nicht umgeschaut, das war eigentlich ziemlich unbick für mich im Großen und Ganzen. Ja, man erwartet aber uns mitten in der Pampa hier oben, dass da jemand im Wald mit ist. Oh, ich habe einen Zombie getriggert. Ich bin zu zweit gewesen, ist nicht passiert. Also kann ich dir die Schuld geben, weil du nicht in meiner Nähe warst. Naja. Findest du das logisch? Ich schon. Es sind eigentlich überhaupt keine Zombies hier oben. Ne Ahnung. Ich muss doch schon ein bisschen leise sein. Cannot fire. Cannot fire. Cannot fire. Cannot fire. Cannot fire. Cannot fire. Na doch, hier sind auch Zombies. Die spawnen jetzt gerade erst. Shoulders trustees zu können. Das Problem ist, ich hoffe, ich habe keine Axt. Ich werde vorher nur einen essen. Das ist nicht das Problem. Ich muss das erstmal verhungern. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich bin gerade oben in dem Turm drin. Hier liegt eine AKM drin. Aber da sieht man wieder, wie schnell das läuft in DZ. Ja, und wie ungeplant, ne? Ja. Das ist eigentlich nur in Ruhe durch den Wald rennen. Ich weiß gar nicht, was sich lohnt. Ich muss auch nach oben mal rauf zu gehen. Kleine Blätter. Ja. 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 Da ist nichts drauf. Ja. 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 Boltzisch. Das ist ja das. J laboratories. Ich habe einen Irrschen hinterher. Das ist auch okay genug. Ja? Der kriegt mir genau hinterher ey. Ich weiß nicht, ob er mich hat oder einfach nur das Spaß da lang kriegt. Oh, ich hab mich so gut geholt. Oh, Penkin. Der kriegt mir eins zu eins hinterher, genau mein Weg. Ich mach einen kleinen Schlenker, dann mach da auch den Schlenker. Ich hab mich da verbunden, oder nicht? Ja, das ist das ein Kriecher. So lange nicht zum Hopper wird die Sicht. So, was trinken muss ich eigentlich, oh mein Gott. 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 Spieler sind ja aber keine am Airfield. Bis jetzt sehe ich zumindest gar nicht. Muss ja noch nicht viel heißen. Dachte auch ich wäre sicher bis ich gestorben bin. Ja. Guck hier in die großen Lagerhallen nochmal rein. Übrigens bei uns ist gestern im Kino keine Amok gelaufen. Du warst ja auch nicht im Bett mit. Das stimmt. Irgendwie umgebracht. Kein Bock hier. Ich will zu dir. Das dauert uns ewig. Nö. Mann, das regt jetzt auf. Das war so ein unnötiger Tod. Hätte ich wie sonst gespielt und aufgepasst und so, dann hätte ich den Typen einfach weggeballert. Aber... Man fühlt sich im Wald immer so sicher. Ja. Ja. Zu sicher, wie du meinst. Okay. Beim Airfield hier oben ist in den Dingern gar nichts von uns. Barracks. Waren da auch Barracks? Nein. Es ist nur... Da ist mal ein so ein Turm. Ja. Und in dem Turm war nur ne AKM drin und so ein Müll. Und dann sind dann noch zwei große Hangar. Aber in den Hangar waren auch so ein Müll. Achso. Das müsste glaube ich da rechts irgendwo sein. Ich muss mir mal die Karte aufmachen. Vom Ding her lohnt sich das hier glaube ich nicht. Nö. Ist auch nicht so. Außer dafür ist halt Berenzino da der lohnende Spot. Ah. Da lohnt sich. Da sind auch in der Militärzelle. Das lohnt sich eigentlich kaum hier wo hoch sind. So. Eigentlich... wäre herauszufinden wo ich bin. Ja. Wenn man gar keine Orientierung hat. Dann muss das schlafen. Ja. Da steht Wildens. Also. Ich find's halt auf der Karte nicht. Wildnis. Wildens. Wie auch immer man. Okay. Zuerst kommt die Bahn. Leise. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Ich muss mich auch vielleicht mal kurz orientieren. Ah. Das ist sehr schlecht. Das soll jetzt hier sein. Irgendwo über Costa noch. Bahngleis und dann Straße. Ähm. Ja ich bin irgendwo. Ganz links muss ich irgendwo sein. Hätte er eigentlich irgendwas gesagt zu dir. Oder er hätte ich vielleicht sofort erschossen. Er ist ja einfach draufgeballert. Nett. Sehr nett. Sehr nett ja. Ich weiß nicht wo das ist. Dieses... Das ist... Das haben wir ja schon öfter gehabt. Den Spawn. Und keiner weiß wo er ist. Ja ich denk mal Wildernis... Also... Wildnis zeigt er an als... Solang du nicht... In der... Nähe in der Stadt gespawnt hast. Ja ich bin ziemlich sicher äh... Ganz links auf dem Land. Weil da ist der einzigste Auto wirklich die ganze Zeit die Gleise vor der Straße sind vom Wasser aus. Ganz links ist natürlich scheiße. Wo soll ich mich denn hinbewegen? Zur Orientierung? Ähm... Richtung Berizzino wahrscheinlich. Ich versuche dann in der Nähe zu sporten und dann... Da an Berizzino zu gehen. Dann looten wir uns den Arsch aus der Stadt und dann... woanders sitzen. Aber das ist immer noch der beste Loot Spot so weil... Tjern und Elektros sind einfach zu voll. Also auch von Zombies her. Und zwar das einander. Hier liegt Zeug wofür ich ne... Ähm... Tanktrap bauen kann? Ja das sind diese ähm... Diese Stacheldinger da. Du weißt schon diese... Stachel... Igel... Dernchen da. Wo man auf die Straße stellt damit da keine Fahrzeuge drüber fahren können. Achso... Hunting knife... Oh interessant... Wenn ich irgendwas gutes finde nehmen wir es gleich mal doppelt mit, ne? No. Ja Hunting knife ist da eher... Boah ich hab das collects... Jbb mit diesem Lagerioding looting. Ich kann mir grad essen machen... I subscribe es die cuenta... Nicht zu blöd wäre sie aufzuheben. Und dazu wenn compartil dasonut! Oh NEils in der Talität wirdえっ Ihr Channel Elektro Na toll Hallo Usa Hallo Hier Alex Du bist doch so'n böse Mann der immer seine Spiele uncut patcht ne? Äh Eigentlich schon und es geht Ja Kann man das einfach so bei Steam spielen? Ja Ja bei manchen schon zum Beispiel wie Left 4 Dead das geht Das nervt Steam dann auch nicht oder was? Das weiß ich nicht Eigentlich Nerven sie nervt sie schon aber ist die Frage wie wahrscheinlich es ist dass du Dass sie's mitkriegt Das kann ich dir nicht sagen Ja weil Bullet Store für 5 Euro hier hat das anders Aber das ist Cut Und da Bullet Storm Ja du kannst es ja runterladen Naja Es hat einfach Spaß gemacht aber am Ende irgendwie Keine Ahnung Hm Also war die Sache mit dem T-Rex So'n Laser T-Rex stand Haha Ja bei der deutschen Version Splattern halt nicht einfach flut Nicht ein bisschen Aber langweilig auch Ja Ja Musst du selber wissen Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall wieder wenn ich dich mit Alex getroffen mach Ja 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 Vielen Dank.